So, ok, ok, und weiter geht's. Da sind wir back to, back to Saturn. Na komm, kommst du, kommst du, kommst du, kommst du. Oh, oh, los. Okay. Gut, wir sind wieder am Spiel. Also ich muss schon, boah, nein. Oh scheiße, was haben wir drüber, warum kommst du noch zu? Halt, wir sind da auf, ich möchte das nicht, nein, nein, nein. Wo sind wir hier? Ich hab keine Kinder, tut das nicht. Boah, Alter, vertefack, vertefack. Meine Fresse. meine güte gleich wieder 50 rüstung verloren so was ich sagen wollte wenn man mal bedenkt dass all das hier vanilla kompatibel ist heißt also man das auch mit der 93 version von doom spielen kann mit der originalen version von der original game um es mal auf gamersprache zu sagen muss man schon sagen echt geil was damals schon alles möglich war ich meine die echten die die damaligen doom maps die da war noch nicht so schön aus aber diese map zeigt dass es damals schon möglich gewesen wäre wenn es damals schon die entsprechende geblieben hätte die halt künstlerisch so begabt sind weil das hier ist echt eine künstliche offenbarung wie gesagt zweieinhalb d super beschränkte schränkung und trotzdem so absolut geil das ist echt nicht schlecht das muss man mal dazu geben ja ja warum vielleicht ich habe gerade schon gespeichert ach leck mich ah rüstung aha dankeschön normal speichern so nicht so viel speichern sonst fällts auf nein ich nicht auch deiner hilfe ich habe angst komm her wo bist du ja ich habe richtig bekommen so So. So, bravo. Komm her. Ich filme mit mir. Aha. Danke. Danke. Ist hier was? Ich will immer die Taschenlampe aktivieren, aber hier gibt's doch eine Taschenlampe. Oh ne Scheife! Boah, ich muss noch ganz kurz was trinken, Leute. Achtung, äh, 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 Werbung! Ah. Oh ja. Oh. Gut. Weiter 6. Aha. Mhm. So, hier unten haben wir bereits alles erkundigt, ne? Ne, hier ist eine Tür. Brauchen wir, ja, da brauchen wir einen roten, ach so, ja klar, dafür auch diese Bedinger hier. Da braucht man einen roten Schlüssel. Hier gab's soweit gar nichts mehr. Das heißt also, der einzige Weg ist tatsächlich der da hinten raus. Ah ne, hier geht's auch noch weiter. Oh. Hä? Wie hab ich das denn für nicht gesehen? Weiß ich nicht. Oh. Kommst du? Kommst du? Kommst du? Hä? Hä? Ähm. Hallo? Oh. Bitte wieder keine, äh, bitte nicht schon wieder Pain Elemental. Sonst bin ich hier noch in Pain. Dankeschön. Was? Boah. Ich höre alles. Ja klar, Leute, bringt euch wieder selber um. Oh nein, nicht du, nicht du schon wieder. Ich hab keinen Bock. Oh, da ist ja noch einer. Ich will nicht mehr. Hilfe. Ich bin raus. Ciao. Als allererstes kommst du weg. Und danach kommst du weg. Wo bist du? Komm her, komm her. Du kommst jetzt her. Junge, ich mach dich dünner Teller. Wo bist du? Ahhhh. Arschloch. So. Was ist jetzt davon? Meine Güte. Diese unsoziale Unsozialisierung. Mhm. Mach doch. Trotzdem eh nicht. Arschloch. So. Hier ist ein bisschen Rüstung. Danke dafür. Danke dafür. Danke dafür. Danke dafür. Heeehhhhh. Hat einer echt überlebt, Alter. Ey, ich bin durch Brutal-Boom so verwöhnt, wenn man da so ein Kanister hochschießt, wäre das alles im Umkreis von fünf Kilometern zerstört. Einfach. Und die machen ja noch eine auf Ballettstunde. Ich glaub's nicht. So jetzt auch. Ah nee, jetzt Munition. hatte ich doch aufgefüllt oder habe ich damit habe ich geschickt auch hier für die typen so hier ist auch natürlich hier ist auch so was blaues aha sieht interessant aus habe ich schon gespeichert ich habe keine ahnung ein paar kabelkanäle zum mitnehmen einmal mit senf und einmal mit tomatensauce leck mich doch fällt auf die platte und der lach hier wird kreuz gewechselt kippt doch alter boah ich fucke die ganzen pachtade oh nein ach da ist ja zu viele holy moly danke Oh ne, da kommt nur wieder Seite. Hilfe. Ich will nicht mehr. Eine Seite auch offen? Oh ne, hier ist ja gar nichts. Okay, findest du nur eine Seite. Oh ne, da kommt ja. So habe ich nicht mehr. Oh ne, oh ne. Thank you. Komm her. Dich hab ich ja gefressen, mit Haut und Haar. Wuhuuu. Kommst du her? Dankeschön. So. Okay. Haben wir. Hier haben wir alles mitgenommen, hier haben wir auch alles mitgenommen. Hier war soweit nichts mehr. Okay. Hier haben wir auch alles mitgenommen. Ach. Gut, das war bereits voll. Okay. Dann. Gehen wir mal weiter. Auf der Leiter. Auf der Graben und ficken die Raben. Oh ne. Oh ne. Ist da jemand? Ich könnte schon nicht. Ich hatte gerade. Höller welche, Alter. Oh ne. Oh ne. Oh ne. Was denn? Ach du Kacke. Was kommt die denn her? Hallo. Was? Wo kam die her? Ach die. Na klar. Die spawnen rein. Ach ey. Leck mich doch. Oh meinst. Ich bin raus hier. Hallo. Nein. Wo bin ich jetzt hier? Wieso konnte ich mich gerade nicht nach hinten bewegen? Ich bin am Arsch. Kann man die irgendwie auslösen? Bevor ich den da auslöse? Ne ne? Doch, kann man. Komm mal. Komm mal. Komm mal. Komm mal. Seine gesamte Rüstung einfach verloren, Alter. Ich glaub es nicht. Ich geh so ja nicht. Oh, Alter, jetzt werde ich noch mal landen. Stopp doch! Boah! Was ist denn hier los? Ich bin leer? Was? Alter! Äh! Danke! Brauche ich nicht. Was ist das überhaupt? Äh, Quad-Credit. Wow. Kriege ich noch mehr Credits? Boah! Ich glaube, mein Credits ist das Letzte, was ich brauche. So. Okay. Okay. Entretan. Kettensäger! Ich finde immer nice, wie, wie, wie einfach, aber trotzdem gut erkennbar das ist. Ich meine, sie sieht echt nice aus, Kettensäger. Mag ich. Och ne. Was? Alter, du bist zählig. Ich bell dich, ich bell dich. Wir sind hier lang. Ist doch so dunkel. Man sieht ja gar nichts. Gut. Okay, wir können jetzt also hier rüber oder wir gehen da runter. Ich gehe am besten erstmal hier runter. Ich weiß nicht. Ne, wir gehen erstmal da lang. Wir gehen erstmal hier lang. Autsch, Autsch, Autsch. Okay, hier werden wir also auch hochgekommen. Ha. Zerfickt habe ich ihn. Das sieht aus wie eine Falle. Hier riecht ich lieber nicht rein. Also noch nicht. Aber andererseits gibt es hier auch gar nicht. Oh. Äh, lag ich noch Falle. Alec, wir kommen. Nein, wir gehen doch. Warum bin ich hier? Wollen wir hier? Alec, ich will runter. Wollen wir hier weiter? Wollen wir weiter? Wollen wir weiter? Wollen wir weiter? Da brauche ich was blaues? Also komme ich erstmal nicht weiter. Schade. Wäre auch so schön gewesen, wenn ich da erstmal erstmal einsetzen könnte. Dann geht's weiter. Oh, war doch gar nicht mal so schlecht. War doch gar nicht mal so schlecht. War doch gar nicht mal so schlecht. Ich hab schon wieder nur noch 140 hiervon. Gut. Dort? Dort. Wollen wir mal so gut... Und was complicado tun? Ach, das saison wieder welche. Oh, Leute. Ihr macht mich gerne! Gägerle. Gägerle. Och Mann, ernsthaft denn? Koste! Danke! Achso, versionierkammer. Und? Noch mehr? So, hier brauchen wir einen genaue, da brauchen wir den blauen Schlüssel. Den hab ich noch nicht, ich hab höchstens den Baumgürtel. Hier geht's nicht weiter, aber nicht offen hier, komisch. Ah, oh, hä? Hä? Hab ich jetzt hier grad die ganze Zeit im Kreis gelaufen oder was? Ja, tatsächlich, jetzt bin ich im Kreis gelaufen. Ha, lol. Gut, dann laufen wir mal nochmal im Kreis, ich will jetzt an die blaue Karte ran. Und dann bei der blauen Tür rein. Wenn wir hier nicht weiterkommen sollten, dann gehen wir halt den anderen Weg. Ja, die ist immer noch geschlossen. Na gut. Das scheint dann wohl also sowas wie so ein... Mann, jetzt geh mal auf hier. Da hält's dir am Kopf nicht aus. Gut. Gut. Gut, 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 gut. Gut, gut, gut. Scheiß Arschloch Meine Güte Nein Oh, nein Danke Goddammit Hier ist noch ein bisschen was Danke So Nein, daft er Nein, gib mir doch das hier Gut Wow Wo bist du da? So Da ist schon wieder so eine Drehe mich mal Waffe Aber keine Falle Interessant Dazu schon, dass ich über die Waffe laufe Geht ja alles runter Oh mein Gott Okay Gut, dann geht es hier also ein bisschen nicht mehr weiter Achso, hier ist noch ein bisschen Ich speichere nochmal hier Gut, die kommen wir nicht durch Okay Das heißt, er wird mir erstmal nicht weiter Achso, da ist noch einer Ne War der Rotor Na genau Und hier geht man wieder ein Skals zurück In die Vergangenheit Gut Dann machen wir das so Dann gehen wir jetzt mal den anderen Weg Was sind wir jetzt hier? Oh, ist mir hier wieder ganz am Anfang Meine Frazer Wir haben gerade noch Wir haben nicht mal ein Fünftel Wir haben vielleicht Ein Fünftel vielleicht maximal rum Nein, nein Das war eine Falle Hilfe, ich will hoch Mach auf dich hoch Scheiße Hilfe, mach bitte mal platt hier Äh Mach mich nochmal platt hier Klar Genau das hat er gemacht Danke dafür Boom Äh Maraglia Oh mein Gott Was denn Auch nur Ist doch Oh mein Gott Was von der Falle Ohne Herze Boah, Alter Was geht denn da ab? Da geht es nicht hin Da will ich nicht hin Mami Vor allem, dass hier auch immer nur denkt Kommt, wenn ich wirklich unten bin Ja, das ist sowas von unfair Vor allem, hier ist so ein Ding Aber das geht nicht hoch Wisst ihr was? Das kann nicht Bam Oh Ja gut Ja gut Das weiß natürlich Für uns von hier auch Und deshalb Ich bin Ich bin Oh ... Lepo mio Ja Wow Ah Gott, damme Ah ja, stimmt, wir fliegen es ja auch noch Muss ich dran denken Ah ja, siehst du jetzt sowieso, also meine Plasma-Waffen Ich nutze schon wieder diese Plasma-Waffen gar nicht Oh mein Gott, Alter Ich dachte, ein Secret, aber das ist ja Ein böses Secret Weil die ein bisschen erwachen Ja, lass mich hier wohl Oh, Alter, was ein Schein Junge, ich fick deine Oma In Koma Komm jetzt her Aua Arschloch Oh, danke, danke, danke Okay Okay Äh, nein Ich will meine BFG haben Boah, Alter, jetzt ist aber gut hier, da Eronimo So muss das laufen Genauso Hä, die ist auch ne blaue Karte Wird mich verarschen Ich hätte die Folge so, wenn ich hier wieder raus Oh, da muss man den Knopf schnell drücken und dann ab raus Probiert mal das kurz Klamm Ne Hä Äh, okay Ich glaube, ich bin hier gefangen Ich weiß nicht, wie ich darauf komme, aber ich denke mal, es ist genauso Äh, sie sind noch eins da Verarschen Äh, ich fühle mich grad ein bisschen Verarscht Wo muss ich jetzt hin Äh, es ist ja auch so fucking dunkel unten Ich weiß nicht, was ich mit dem Schalter zu tun haben Achso, es waren zwei Knöpfe Was ist das doch jemand Ha, war ich doch richtig Also, da war noch ein Stab unten Da muss ich irgendwo noch ein Schalter irgendwie aktivieren Frage an müssen, wo Also, vor allem, ich habe jetzt keine Karte Das heißt also Ich habe genauso viele wie da vor Ich komme also bei dem anderen Weg nicht weiter Das macht doch sowas von keinen Sinn Ich will die Karte haben Uwe, ein Sound Na gut, vielleicht habe ich mit dem Schalter hier hinten etwas aktiviert Bei dem anderen Gebäude Ich gucke mal ganz kurz Das Problem ist, was kann jetzt wirklich Jetzt sagst du, hier ist auch eine Karte Wieso gibt es zwei blaue Karten Das macht so wenig Sinn Es könnte was von mir sein Äh, hier war ich schon Hier hat sich nichts getan Hier hat sich auch nichts getan Da brauche ich die rote Karte Für die habe ich nicht Da brauche ich die blaue Karte Für die habe ich auch nicht Ich bin gerade etwas irritiert Aber noch etwas Aber noch etwas Da ist noch etwas Da ist noch etwas Hier sind noch zwei weiße Striche Aber es tut sich nichts Okay Was soll das jetzt gerade? Ich habe übrigens gerade etwas entlockt Ne, hier bin ich schon mal nicht Ah Achso, wow War ein Secret Ich brauche keinen Secret Ich brauche einen Ausgang Du verkannte Hure Hallo Schnell Äh Hat es auch nicht allzu viel gebracht Alter, was muss ich denn das hier machen? Bei mir geht es gerade genau so schnell voran Wie beim BER Hier sind ja auch nur noch drei Streben Alter, Leute, ich blicke gerade absolut nicht mehr Ich weiß nicht mehr was ich hier tun soll Was soll ich denn machen? Was ist denn passiert? Was habe ich denn falsch getan? Achso, jetzt bin ich wieder hier Ich bin gerade sowas von verwirrt Ich bin gerade sowas von verwirrt Ich Gucken wir mal Äh Das ist ja auch nicht mehr Geht es da lang 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 Dann haben wir hier einen Tunnel Äh Hier kommen wir nicht hin Das ist das mit den Lüfter Die kommen wir auch nicht hin Das sind alles Gitter Hier brauchen wir die neue Karte für Hier ist auch ein Gitter Da kommen wir also auch nicht hin Hier brauchen wir die rote Karte Die kommen wir auch nicht hin Ähm Hier waren wir schon nicht mehr Anfangsbereich So Ich hab offiziell keine Ahnung Vor allem wissen wir wo die blaue Karte ist Und zwar Es gibt sie gleich zweimal Einmal hier Und Einmal Ja wo auch immer Genau Da Die Frage ist nur Was haben diese Stilfen zu tun Wie schützt man sie auf Und Wo ist mein Witzer? Ich hasse von der Lüfter mal nicht weiter Weil es Das ist so 1985 Ja Jetzt province ich Ähhhh Lala 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 Hah hm ouch so Drei Streben sind noch unten. Hier war gar nichts mehr. Eigentlich auch nichts. Hier kann man nicht rein. Hier sind überall Gitter. Hier muss man nicht durch. So, hier sind wir gestartet. Ja, hier sind wir gestartet. So, hier sind wir gestartet. Hm. Wauw, ernsthaft jetzt. Das ist ja schon der Ernst. Wauw, was der Ernst ist denn? Du looos! Kann ich da rein? Ja. Oh, ist sogar ein Secret. Ha! Also, das hätte ich jetzt nicht gedacht. Nice. Komm mal rein hier. Ah, super nicht. Okay. Gibt doch. Genau, das wollte ich. So, jetzt einmal Bam. Einmal Bam. Einmal Bam. Äh, eigentlich ist Bam. Und einmal Bam. So. Jetzt muss die Frage, wo ist dieser Rote Wallabomensch? Ach so, verstehe. Ja, komm mal her. Komm her. Kommst du? Kommst du? Was macht der denn da? Hallo? Hallo? Also, was er ist, der Nummer geht. Oh, hast du nicht? Naht. Huw! Nein! Hm mehr? Agara? לה Sack. Oat! Fung. Aufkommen. Naht? Dann. Lähter! Eine Ecke ziehe ich schon wieder, das gelockte gar nicht, man sieht nicht, sieht nicht so aus, sieht noch was, sieht auch nicht so aus, ah hier geht es weiter, ah hier geht es durch, wow, nice, was ist das denn da still hier, geht aus wie so eine Powerbank, ach nein, leck mich noch am Arsch, jetzt alle krank haben, Alter, warum muss ich noch mal hier fallen, Alter, ich möchte die Wege öffnen und keine fallen, hat der Schalt jetzt noch, ja wow, noch mehr, Alter, leck mich am Arsch, Ich habe das mal, mhm, ja, Was ist denn, Bruder? Danke. gibt es noch was brauchbares außer dieser tür scheint nicht so oh mann noch nicht schon wieder ich höre jetzt schon meine fresse recht aber langsam das kotzt mich aber mit diesen los die kommen ist von überall und ich probiere gleich kann ich vielleicht noch mal runter ich fick auch immer in die kümmer ach man ey das geht doch gar nicht hier abstehen abstehen Komm her, kommt rein her. Mach Dünner Teller. Alle weg, alle weg. So viel Action. Gut, dran denken, hier ist ein Scheißfalle. Also klicken und dann gar nicht da wegrennen. Gar nicht da weg, gar nicht da weg. Danke dafür. Ah, so erstmal ruhig hinsetzen hier. Die ganze Aufregung war viel Aufregung. Ja, wuh. Das hab ich gebraucht. Komm, komm. Wow. Wow. Wie gesagt, Alter. Soll ich überleben? Alter, wie soll man das noch mal gut schaffen? Hä? Hier bin ich? Oh, ich schau noch, ich schau noch ein. Hä? Moment, Moment, Moment. Da? Und? Alter, ernsthaft? Es gibt jetzt drei Autos, wo es die blaue Karte gibt? Wollt ihr mich eigentlich gerade verarschen? Äh, ich glaub, die haben statt blau, rot und gelb, haben wir einfach nur dreimal die blaue Karte verwendet. Jetzt ist die Frage, Design oder Fehler? Hm. Habe ich das, glaube ich, gerade eben schon gespeichert? Aber doch, nein. Mann, ich habe so was. Wollt ihr? Komm doch her, wir haben so einen, ey, geh doch kacken, du. Ah, so. Ich bin doch wieder tot. Oh. Nein, nein, nicht du. Wo wirst du denn jetzt? Ich spreche nochmal. Ich f*** deine Oma. So. Oh, Alter. Ist ja ganz gut hier. So. Näääh. Oh, Alter. Danke dafür, Mixer. So. Meine Güte. Und ich ist schon wieder? Achso, jetzt bin ich hier. Alter, aber wir kommen nicht weg. Ich hab immer noch keine blaue Karte. Ich hab immer noch gar keine Karte. Ich hab nichts. Ich weiß nicht, was ich meinte. Ich sehe jetzt hier die blaue Karte, aber ich komme nicht hin. Riecht doch so gar nichts. Hä? Die gehen nicht auf. War das gut? Ich hab keine Ahnung. Hm. Hm. Vielleicht komme ich hier und so hin. Ja, auch nicht. Ja, hier ist der hier. Das macht doch alles für überhaupt keinen Sinn. Hm. 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 Also wäre das ein Illegavik. Ja, hier hab ich bereits drauf gedrückt. Damit tut die Tür wieder auf. Geht's jetzt hier mal weiter. Achso, wir haben bisher immer noch keine Zielkarte gefunden. Gut, ich klappe jetzt noch mal die ganzen anderen Wege ab, kommen wir hier wieder raus. Soll ich überhaupt hier rauf? Hä? Äh, ich will hier auch auf. Hallo. Hilfe. Rettet mich einer. Bitte. Ja, aber hier rät ich auch wieder im Kreis. Leute, ich hege das, aber ich sage, hier bin ich wieder. Genau, hier muss ich raus. So, dann wollen wir mal gucken. Aha. Genau. So, blaue Tür. Das ist die blaue Tür. Meine Fresse. Äh, wo jetzt? Bin ich hier richtig? Ja. Da, da, da. Meine Güte, das war ja mal ein Trip hier. Danke. Oh nein, schöne Spinnen. Bleed, let me alone. Oh, ha, oh, ha. Hm? Hm? Wah. Haha. Oh nein. Ah. Wieso gleich so viele immer? Alter, würde doch ausreichen. Kriege ich mich hier echt nur selber um? Wow. Noch mehr? Noch mal diese Lüftungsanlagen. So, hier geht's runter. Wenn das keine Falle ist, dann kann ich ein Wesen. Ich habe keine Ahnung, warum ich gerade den Besen ausgewählt habe. Geht's sogar. Äh? Habe ich gerade Besen gesagt? Alter. Ich meinte gerade, ich habe keine Ahnung, warum ich die Kettensäger ausgewählt habe. Aber es geht sogar. Hab damit echt geschafft. So, jetzt habe ich eine Rote Karte bekommen. Ja, die ging ja mal schnell. Ich wünsche, dass wir da alles umschneidern gehen. Wurde jetzt. Da. Oh. Ähm. Danke. Und danke. Und danke. Hallo? Kommst du nachher? So. Rote Karte. Danke. Danke. Und danke. Hallo? Rote Karte. Danke. Ich hör noch was. Wie ist das? Ich hör noch was. Ich fühle mich ein bisschen. Ich hör mich. 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 Woh! Woh! Ach du Kacke um... Nö! Meine Güte! Ihr werdet doch alle Koks verstreiten! Ah, ihr werdet doch alle Koks verstreiten! Wow, das ist irgendwo! Attends! Wo bist du denn? Komm her Ist er tot? Ah, ist tot, nein, ist er nicht Oh, nein, ist tot, nein, ist er nicht gehen wir mal runter wie unfreundlich hier oh mein Gott So viel Action hier Alter Alter, komm hier! Hä? Oh nö, 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 nö Ge weg Leck mich Boah, Alter! Ist aber gut hier! Wo bist du denn jetzt? Oh, noch 2% Leben! Wo ist er denn da? Nein, nicht du! Geh weg! Danke! Meine Güte! Ihr müsst mal alle aufhören zu rauchen Alles ist nicht gesund! 60% Klebe, ihr wollt sich doch verarschen! Hm, da! Danke! Danke! So, reicht! So, wobei mir grad einfällt, ich kann mir einfach so ne Scheiße kaufen! Ha! Hab ja mal genug Credits! So! Ah, siehste! Wieso, oder was? Doch die Frage ist jetzt, wo geht's jetzt weiter? Ich hab immer noch keinen Plan, was ich jetzt hier grad machen muss! Also hier hat sich jetzt ein bisschen was geöffnet! Hier ging's auch? Ne! Na eben! Das ist eben recht, die ich bereits kenne! Hier waren die Monster drinne! Ha! Aber wo ist denn jetzt das Ziel? Hier ist was! Kann man sich runterfahren? Ne, kann man nicht! Hm, interessant! Interessant! Achso, ja, von hier kommt wahrscheinlich das rote Viech! 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 Achso, hier ist ein Schalter! Sehr schön! Oh nein, das wollte ich... Ah! Das wollte ich nicht aufnehmen! Das hier wird mir vollkommen aufreicht! Alter, was ging denn da jetzt grad schon wieder ab? Gut! Machen wir! Ganz einfach! Ganz professionell! So dass keine Wächte! What the fuck! Hä? Das Timing war wohl nicht ganz perfekt! Digga, wieso... Hä? Ja? Ja! Es ist ein Schalter! Ja! Ich kann mir, ja Ja, es ist ein Schalter! Oh, gut! Und hier! Das ist ja gerade! Was ist jetzt hier eigentlich hin? Meine Güte, hier geht der Cutsch wieder ab. Heißt das Exit? Ja. Gut, dann gehe ich nochmal zurück und hole mir jetzt meine Megasphäre. Warum kann ich nicht durch? Muss ich echt runter rennen. Danke dafür. Wo waren die jetzt? Jetzt erkennt mir bitte nicht, dass ich die aufgesammelt habe. Doch, ich habe sie aufgesammelt. Ach, leckt mich doch. Alles, was ich wollte, waren Kinder. Sind noch ein Fugelsrum? Ne, ne? Auch nicht. Na gut. Nein. 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 Alter, leck mich doch. Oh, sterb. Leck mich. Ich bin Bock mehr. Ich will Rüstung. So, okidoki. Äh, ja. Okidoki. Das war's mit der Runde. Das war's mit der Runde. Mal erst mal Regno-Strecken. Boah. Halladi, walt wir. Get out of my Station 3. Äh, nice Annahme für die nächste Map. Ok. Gut. Ja, das ist erstmal, ja. Schau mit V. Öh. Öh. Oder nicht. Hm. Ah, ok. Jetzt so. Schau mit. Ministrale, diechy wird mal ganz toll in der H comesze ein Hedigen square. Maybe wir sollen mit der HAS in der H